Hey Leute, mein Name ist Mia und ich begrüße euch zu einem neuen Format des Volleyball-Trainer-Portals. Ja, da überall Workout-Videos im Internet krisieren, dachten wir, wir hauen für euch ein paar Koordinationsübungen raus. Jetzt was wir brauchen, oder? Die Übungen, die ihr dann dementsprechend machen wollt, könnt ihr beliebig drinnen oder draußen durchführen. Nehmt dann einfach euer Handy, euer Tablet oder Computer, stellt es vor euch hin und macht gemeinsam mit mir die Übungen. Die Workouts veröffentlichen wir jeden Mittwoch um 19 Uhr auf YouTube. Damit ihr das auf jeden Fall nicht verpasst, abonniert uns auf Instagram, YouTube und Facebook. Unser allererstes Workout findet nächste Woche Mittwoch statt. Ich freue mich auf euch, seid dabei, bis dahin! Tschüss! Musik 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 Vielen Dank.